PEGI 18 Menschen von Pandora, hier spricht Handsome Jack, euer Held. Wir wissen alle, seit ich euren verstunkenen Drecksplaneten regiere, herrscht Friede auf Pandora. Doch nun sind diese jämmerlichen Kammerjäger aufgetaucht. Ein abgerissener Kommando, der das Schlachtfeld mit seinem Geschütz kontrollieren kann. Der grimmige Gunsirker. Wenn eine Waffe nicht ausreicht. Eine Sirene, müsste schon tödlich. Der bietet den Kräften aller vier Elemente. Und dieser Assassin. Typ The True World Reveal. Keine Ahnung, was der drauf hat. Okay, das war schon ganz cool. Ach, ihr Idioten, seid echt jämmerlich. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie viel Feuerkraft ihr bräuchtet, um mich zu besiegen? Einen verdammten Haufen! Ihr habt doch nicht mal anmähend genug, ihr Blödmänner! Okay, das ist ein Haufen Klappen. Sorry Kinder, aber ihr habt keine Chance. Ich habe ein paar Tricks auf Lager, die ich... Ich will euch die Überraschung nicht verderben. Nur so viele Kammerjäger. Ich werde euch töten. Ihr wollt das verhindern? Ihr wollt mich stoppen? Den großen, hänzeren Jack? Na dann... Versucht's doch! Ich bin ein H새-Mام Maus. Ich hoffe, es geht hier! Vielen Dank.